Die Tour de France in Zahlen. Hey Science Community, willkommen zu einer neuen Folge des Tour-Efforts der Woche. Oder diesmal besser gesagt der Tour-Efforts der letzten drei Wochen. Denn ich habe mich in meinen Recherchen einmal genauer der Gesamtbelastung der letzten drei Wochen gewidmet und mir im Vergleich zwei Athleten rausgesucht mit unterschiedlichen Teamaufgaben und diese mal näher angesehen. Auf der einen Seite haben wir dann den formstarken Sepp Kass, der seinen Teamkapitän tatkräftig unterstützte beim Gesamtsieg der Tour de France. Aufgaben von ihm waren dann Kapitän Wingegard aus dem Wind zu halten, am Berg versuchen, so lange wie es geht, Windschatten für seinen Käpt'n zu geben und vor allem die Leistung über die gesamten drei Wochen hinweg konstant aufrecht zu halten bei den großen Anstiegen der Rundfahrt. Im Vergleich gegen einen Connor Swift von Team Akea Samsic, seine Aufgabe war ebenfalls zum Teil Narokintana zu beschützen, teilweise aber auch die Erlaubnis, sich in Fluchtgruppen aufzuhalten, um den Tagessieg mitkämpfen zu können und vor allem seine Kräfte so einzuteilen, dass er an den entscheidenden Anstiegen der Tour nicht unbedingt seine 100% geben muss, sondern sich eher für andere Etappen schonen kann. Das Gesamtklassement ist deswegen für ihn sogar eher irrelevant. Wenn man sich nun den Gesamtload von Connor Swift ansieht, dann wird klar, dass er in den letzten drei Wochen natürlich sehr viel leiden musste. Also, ja klar, ist halt die Tour de France. Wir sprechen hier von einem energetischen Gesamtload von 75.550 Kilo Joule Energie. Pro Etappe bedeutet das einen Umsatz von 3.927 Kilo Joule Energie. Und wir sehen eine Gesamtfahrtzeit von 83 Stunden und somit eine durchschnittliche Arbeitszeit mit vier Stunden pro einzelne Etappe. Wir blicken näher rein. Seine durchschnittliche Belastungsintensität über die Tour hinweg der einzelnen Etappen ohne der beiden Einzelzeitfahren betrug 80,1% seiner FTP-Leistung. Das hieße, umgerechnet für ein Average Show mit einer FTP von 250 Watt sprechen wir hier von 19 Etappen mit jeweils 200 Watt im Schnitt für eine Dauer von etwas mehr als vier Stunden Belastung pro einzelne Etappe. Ich denke nun, runtergerechnet auf Trainingslagerzeiträume haben diverse Average Shows diesen Load schon im Frühjahr bei ihrem alljährlichen Mallorca-Urlaub geballert bereits im Februar schon abgerissen. Also, wir sehen, das ist zwar immer noch sehr, sehr viel, aber durchaus schaffbar. Und wenn man es vergleicht mit etwas geringeren FTP-Werten, dann ist es doch durchaus auch realistisch. Und man kann es sogar selber ein bisschen dort widerspiegeln. Wir sehen auch durch die Intensität einen sehr großen Anteil an aeroben Energiestoffwechsel bei der Gesamtbelastung der Tour de France. Bei Conor Swift sprechen wir hier von insgesamt sogar 53 Stunden der insgesamt 83 Stunden, die im Bereich unterhalb seines maximalen Fettstoffwechsels und damit in Zone Low Intensity verbracht wurden. Das bedeutet, 63% der Gesamtzeit verbrachte Swift im Lit-Modus und somit einem energetischen Gleichgewicht aus Kohlendrahtzufuhr und dem entsprechenden Kohlendrahtverbrauch. Lediglich 8,7% der gesamten Rundfahrt und damit satte 9,5 Stunden war Conor Swift oberhalb seiner Schwelle unterwegs. Somit sehen wir eine Reverse-Verteilung in den Trainingsintensitätenzonen innerhalb der drei Wochen bei den Briten. Wir vergleichen wieder. Für unseren Average Joe hieße das, dass er 9% oberhalb von 250 Watt unterwegs wäre, 28% bei ca. 167 bis 250 Watt, also im Threshold-Bereich, sowie 63% der Gesamtzeit unterhalb von 167 Watt. Natürlich ist die Schwellenleistung bei Conor Swift mit vermutlich 421 Watt auf 77 Kilo eine enorm gute Performance. Die Belastung innerhalb der Tour de France ist für solch einen Fahrer jedoch absolut im Rahmen seiner Möglichkeiten und ich würde wetten, dass einige der Fahrer in der Vorbereitung der Tour de France härtere einzelne Trainingswochen hatten, als manche Tour de France-Race-Wochen innerhalb der Rundfahrt. Blicken wir nun als nächstes auf den Vergleich mit einem Fahrer wie Sepp Kass, der stets in der Lage sein musste, seinen Kapitän Jonas Wiengegart in den schweren Etappen zu unterstützen. Das bedeutet, er musste in fast jeder einzelnen Etappe stets wachsam sein und Efforts leisten, die sich so manch ein anderer Fahrer hätte sparen können. Und dazu habe ich einmal einen grafischen Verlauf erstellt aus dem erbrachten energetischen Umsatz der beiden Fahrer, gemessen in Kilojoule auf den einzelnen Etappen. Da nun aber Sepp Kass mit 61 Kilo natürlich auch energetisch weniger Umsatz leisten müsste als Conor Swift im Vergleich mit seinen 77 Kilo, habe ich den Energieumsatz auf das entsprechende Körpergewicht relativiert. Wir sprechen nun also von Kilojoule pro Etappe pro Kilogramm Körpergewicht. Mit Blick auf den Verlauf wird klar, dass Sepp Kass in Blau stets mehr relativen Energieverbrauch auf fast allen Etappen aufweisen konnte als Conor Swift in Orange. Lediglich auf der zehnten Etappe ist er gleich auf mit Conor Swift, der sich allerdings hinauf nach McGill an diesem Tag 83 Kilometer lang in einer Spitzengruppe aufhielt, also an dem Tag mehr energetische Reserven für die Chance eines guten Tagesergebnisses opferte. Und damit sehen wir schon einmal einen deutlichen Unterschied in der Fahrweise der Athleten, in Abhängigkeit der Rollenverteilung. Ein Conor Swift kann sich zum Beispiel erlauben, eine einzelne Etappe mal richtig viel zu investieren, das darf Sepp Kass dann definitiv nicht, aber Sepp Kass muss auch permanent über drei Wochen hinweg viel Energie umsetzen und stets für seinen Käpt'n im Einsatz sein. Nun, als nächstes nehmen wir die individuelle Leistung mit ins Spiel, denn Sepp Kass relative Schwellenleistung von 6,1 Watt pro Kilo und Conor Swift mit einer relativen Leistung von 5,4 Watt pro Kilo unterscheiden sich natürlich schon sehr. Daher blicken wir jetzt nun einmal auf deren TSS, also deren Training Stress Score Werte. Aus TSS, also der absolvierten Leistung der Etappe über entsprechende Belastungszeiträume in Abhängigkeit der FTP, der Schwellenleistung, kann nun ein Vergleich gezogen werden, wer quasi mehr fraktionelle Ausschöpfungen seiner individuellen Leistungsfähigkeit eingehen musste oder auch konnte. Wir sehen, dass in den Gebirgsetappen, also an Tag 9., 7., sowie 13. und 14. 7. und dann letztlich 20., 21. 7. Sepp Kass häufiger mehr TSS pro Etappe absolvierte als Conor Swift. Sepp Kass musste ziemlich für seinen Kapitän Jonas Wingegard ackern, während Conor Swifts Aufgaben in dem Helfen auch seines Kapitäns an den ersten Anstiegen lag, sowie dann später aber einfach nur noch im Erreichen des Zeitlimits und er die Etappe so ein bisschen gemütig ausrollen konnte. Somit konnte er einige Energiereserven einsparen. Das können wir auch schön sehen im Vergleich an der Planche de Belfi. Er absolvierte den Anstieg mit 3,5 Watt pro Kilo gegen einen Sepp Kass mit 6,1 Watt pro Kilo. Damit 69% seiner Schwellenleistung, einem 136er Durchschnittspuls und vermutlich einer Dauerleistung, in dem Fall 27 Minuten, an seinem Fat Max oder sogar drunter. Swift kann sich gegenüber Kass einen Zeitrückstand von mehr als 11 Minuten erlauben, da es ihm ja nicht relevant sein wird, an welcher Position im Gesamplassement er sich nach der Etappe befinden wird. Wir rechnen wieder um für unseren Average Joe. Wäre das also eine entsprechende Leistung von 172 Watt auf 27 Minuten im Finale einer Tour-Etappe? Naja, das sollte ja wohl machbar sein. Und unser Average Joe wird ja vermutlich dann auch am kommenden Tag wieder früh in der Etappe seine Attacke setzen können, da er sich hinauf zum Schlussanstieg am Vortag ja quasi schonen konnte. Wir blicken auch nochmal weiter auf die 18. Etappe, denn dort war der Anstieg zum Call des Bandels recht interessant. Auch hier sehen wir Leistungsunterschiede bei den beiden. 4,1 Watt pro Kilo bei Connor Swift und damit 80% der FTP. Zu Sepp Kass mit seiner Wahnsinns-Performance von 6,0 Watt pro Kilo und fast 100% seiner FTP. Das heißt, wir sehen auch dort wieder einen Unterschied zwischen dem Invest der beiden Fahrer. Und auch bei der legendären Etappe über den Galibier mit Schlussankunft hoch zur Alp-Diess sehen wir einen durch die Fahrweise induzierten Unterschied des Gesamtloads. Und dafür habe ich euch einmal den Kohlenadattverbrauch von Connor Swift ermittelt, der auf dieser Etappe insgesamt 455 Gramm Kohlenadatt verbrauchte. Recht ordentlich für den 77 Kilogramm schweren Briten, aber nichts, was ihn völlig aus der Bahn werfen würde. Der 61 Kilo schwere Amerikaner Sepp Kass hat dagegen einen Verbrauch von 537 Gramm über die gesamte Etappe verbraucht. Wir blicken nun auf den Verlauf des akkumulierten Kohlenadattverbrauchs der beiden über die Zeit hinweg der ganzen Etappe. Im Vergleich erkennen wir, dass Connor Swift gegenüber Sepp Kass bis zur Alp-Diess insgesamt stets mehr Kohlenadatt verbrauchte. Dann rollt er easy die letzten 13 Kilometer hoch zur Alp und kann die Stimmung an der Alp-Diess genießen. Sepp Kass dagegen hat noch einen Job zu erledigen und holt innerhalb der letzten Kilometer Connor Swift ein und überholt ihn sogar im Verbrauch der Kohlendrahte durch eine intensivere Fahrweise am letzten Anstieg, da er für seinen Kapitän Jonas Winkelgart im Einsatz sein musste. Und das ist der Grund, weshalb Fahrer wie Connor Swift dann am nächsten Tag wieder in einer Ausreißergruppe unterwegs sein können, wo man sich dann irgendwie denken würde, wie kann der Mann nach so einer Etappe nach gestern überhaupt noch aufstehen und Radrennen fahren. Naja, die Tatsache, dass bei solchen Fahrern keine 100%-Performance-Abgabe an jedem einzelnen Tag gefordert ist, ermöglicht dann natürlich eine Art aktive Entlastungstage auf diesen Etappen und so können sie im nächsten Tag wieder in die Fluchtgruppe und deren Verteilung ist dann weniger in die Mitte hinweg, als vielmehr sehr bipolar. Der eine Tag, den hauen sie sich richtig weg, am anderen Tag etwas lockerer. Wie denn ein Fahrer unterwegs ist, ist dann immer eine Frage des Pacing und vor allem dann der Aufgabenverteilung des Teams für die unterschiedlichen Etappen. Wir kommen noch einmal zurück auf die chronische Belastung der Fahrer bei der Tour de France und schauen uns mal die Entwicklung über die einzelnen Tage hinweg an. Da Connor Swift ebenfalls seine Daten mit Herzfrequenz hochlädt, könnten wir nun einen Blick auf seinen sogenannten Efficiency Factor werfen. Der Efficiency Factor, das ist der Wert des Quotienten aus Normalized Power und der entsprechenden Herzfrequenz. Er gibt quasi an, wie viel Watt pro einzelnen Herzschlag aus deinem System generiert werden kann. Je höher dieser Wert ist, desto tendenziell leistungsstärker ist der Athlet. Kurzes Rechenbeispiel, 150 Watt bei einer Herzfrequenz von 150 ergibt einen Efficiency Factor von 1,0. Wir können nun also im Verlauf der einzelnen Etappen sehen, wie die Herzfrequenz von 12 sich innerhalb der Tour de France entwickelte. Wir sehen jetzt nun stets eine Zunahme des Efficiency Factor-Werts innerhalb der einzelnen Blöcke, also den Blöcken zwischen den Ruhetagen, und vor allem einen chronischen Anstieg über die gesamten drei Wochen hinweg. Wir sehen einen Unterschied von 2,4 zu am Ende eher 2,7. Und das ist auch gar nicht so wenig. Das hieße, bei einer 150er Herzfrequenz erbringt Zwift eine Leistung von 360 Watt am Anfang und dann am Ende eher eine Leistung von so etwas wie 405 Watt. Kann man denn innerhalb einer Rundfahrt so viel besser werden? Ist das eine Leistungsverbesserung? Nein Leute, das ist natürlich kein plakativer Leistungszuwachs, sondern demwert erkennen wir gerade die Entwicklung der Ökonomisierung und meist sogar noch die Reduktion der Laktatbildungsrate durch den Gesamtload der Tour de France. Physiologisch bedeutet das, das sympathische Nervensystem wird durch den Gesamtload zum Teil herunterreguliert, Typ 2 Faser, Leistungskapazitäten verringern sich aufgrund des akkumulierten energetischen Loads und die Fahrer beschreiben es als die Fähigkeit noch wie ein Diesel eine Dauerleistung treten zu können, aber die Performance oberhalb der FDP leidet darunter, beziehungsweise die Spritzigkeit fehlt. Die VHZ Max reduziert sich und man fährt sich in eine Art Standgas. Die 5 Minuten Performance leidet natürlich dann in der letzten Woche darunter, aber so eine 1 Stunde Performance oder 3 Stunden ist dann teilweise auch einfacher zu erreichen sogar. Es ist nun sehr interessant zu sehen, wie sich die physiologische Beanspruchung auf das kardiale System und auf die Leistungsperformance der Athleten auswirkt. Ebenfalls konnten wir heute den Unterschied eines Edelhelfers wie Sepp Kass zu einem tendenziell freieren Fahrer wie Conor Swift sehen und damit auch feststellen, dass nicht jeder Fahrer der Tour die Aufgabe hat, stets an jeglichen Anstiegen der 3-Wochen-Rundfahrt Vollgas zu geben. Versteht mich nicht falsch, eine beachtliche Leistung ist die Absolvierung der Tour de France allemal. Doch etwas entfernter der Top 15 des Gesamtklassements erkennt man, dass sich Fahrer auch erlauben können, überwiegenden Anteil der Tour de France, der Etappen, der Anstiege eher sogar im Fatmax-Bereich aufzuhalten oder mal bis Sweetspot zu gehen. Und wenn wir unser eigenes Training reflektieren, dann kenne ich auch so manche Einheiten von mir, wo ich das auch tue und das war keine Tour de France-Etappe. Ich hoffe, dieses Video konnte ein wenig Auflust geben zum Verständnis, wie zur Hölle können diese Fahrer eine Tour de France beenden? Kurz Antwort, weil es für sie nicht so heftig ist, wie es für uns wäre. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Kommentiert doch wieder gerne eure Meinung unterhalb des Videos und vielleicht sehen wir uns bei einem der kommenden Videos. Schaut doch gerne mal bei unserem Masterclass vorbei, abonniert den Kanal und liked natürlich gerne das Video. Bis bald, wir sehen uns, eure Science Crew. Bis bald, wir sehen uns, eure Science Crew.